Meine Güte, mit einem Riesensatz warst du wieder an deinem Stiefmütterchen, hm? Was ihr hüpfen könnt, ne? Oder hast du dich mehr oder weniger fallen lassen, ne, Frido? Fridolin! So ein schöner! So ein feiner, ne? Ein feiner, so wie es geht. So. Ja, genau, guck uns doch mal an.